Wichtiges Thema für euch alle da draußen. War das eher aus deiner Sicht Zufallsergebnis? Was waren so deine Kernprobleme, deine Herausforderungen? Zwei Sachen. Heute unsere neue Podcast-Folge Immolusion und ich habe einen coolen Interviewgast hier bei mir im Studio. Und am besten stellst du dich selber kurz vor. Wer bist du und aus welcher Region kommst du? Hallo Heinz, mein Name ist Christian Steffen. Ich komme von der schönen Mosel, aus dem schönen Mosel-Ort Peaceport. Und wir sind in der Region über die Hohe Eifel, Wittlicher Tal, Mosel-Region bis Hohen den Hunsrück unterwegs. Okay, also das heißt, du bist Immobilienmakler und vor allen Dingen an einem Standort in einer ländlichen Region. Also alles, was wir hier heute besprechen, müssen wir immer vor dem Hintergrund sehen. Du sitzt nicht im Ballungsgebiet, du sitzt nicht in Köln, du bist nicht in Bonn oder in Düsseldorf oder in München, Frankfurt, Hamburg oder Berlin. Das heißt also, alle Zahlen, die wir jetzt hier gleich droppen, sind auf dem Ländle. Ländle Quadrat, ja. Ländle Quadrat, ja. Das können wir so knallhart sagen. Christian, erzähl mir doch mal ganz kurz, wann hast du überhaupt angefangen mit dem Makel? Vielleicht ganz kurz deine Story, wo kommst du her, wie ist es zum Makeln gekommen? Also seit 20 Jahren Versicherungsmakler, war mein Ex-Schwager, war oder ist noch Versicherungsmakler. Und da kommt mal so ein Gespräch, kannst ja über uns anfangen. Also ein kleines Franchise-System. Das war 2016, war auch sehr erfolgreich. Ich habe die Quoten angeguckt, die wir da abdrücken oder die nur bei mir hängen bleiben. Für die Gegenleistung, für alles, war alles okay. Aber ich habe gesagt, kann ich alleine besser. Dann sehr schnell da raus. Und die Story ist, da gibt es mir die Tage nochmal eingefallen, wann wir unser erstes Haus am 1. März 2017 online gestellt haben. Und zwar einen Tag nach Geburt meiner zweiten Tochter im Krankenhaus. Oh cool. Genau, und da haben wir uns ja dann auch kurz danach das erste Mal sozusagen über irgendeine Online-Geschichte, egal was. Aber da haben wir uns irgendwo das erste Mal ja getroffen. Und da ging es ja bei dir so ein bisschen los erstmal. Genau, 2017 ging es los. Auf eigenen Namen. Im Büro hatte ich ja schon, vorher aus dem Versicherungsthema raus. Im Oktober kam die erste Mitarbeiterin. Zuerst bei Versicherungen hat sich aber schnell rausgestellt, die Interessen der Menschen sind bei Immobilien, nicht bei Versicherungen. Und ja, da ging es da los. War einfach dann gut hoch zu skalieren. Wenn ich Immobilien besorgt habe, habe ich selber vielleicht mal ein paar Besichtigungen gemacht. Und die Mitarbeiterin hat dann vorrangig den Verkauf gemacht. Meine Frau war auch dabei. Also Backoffice, die als Architektin und Bauzeichnerin hat man da die Kompetenz Wohnflächen berechnet. War von der fachlichen Seite, wie ordentlich das gemacht wurde, sachlich genau ganz weit oben. Also wir hatten einen guten Start. Okay. Also der Start war dann 2017, 2018. So, was hast du denn so im Monat verkauft? Du musst jetzt mal nachdenken. Ich habe die Zahlen von da nicht mehr im Kopf. Aber so, dass es so rund ging. Ging rund. Lief rund. Man war sehr froh, war ja eine euphorische Phase auch, auf eigenen Namen. Da war jedes Haus der absolute Jackpot. Ja, aber jetzt nicht so, nicht wirklich Geld verdient. Wie viele Mitarbeiter hast du gehabt zu dem Zeitpunkt? Zu dem Zeitpunkt waren wir dann so gesehen so zweieinhalb. Frau, die eine Mitarbeiterin Vollzeit und dann ich. ein Jahr später, wie es dann so kommt, wir haben ja Potenzial genug, ist so viel zu tun und dann mehr oder weniger auf Zuruf noch jemanden eingestellt. Kurz drauf, noch jemanden, war ja so viel, die können auch selber akquirieren. Und ganz klar ist auf einmal jeder alles gemacht. Unternehmen, wir haben das schon ordentlich gemacht, aber in dem Sinne wirklich erfolgreich als Unternehmen aufgestellt mit Arbeitsteilung und allem. Ich glaube, wir haben einfach so gearbeitet, wie die meisten Makler manchmal losgelegt. Also wo würdest du dich denn einordnen? Also wenn du jetzt mal aus der Perspektive von heute, wo wir ja gleich noch drüber sprechen, aber wenn du das mal einordnen würdest, so in einer Skala von 1 bis 10, was Qualität, was Professionalität und so weiter angeht, wo würdest du dich denn da zu dem damaligen Zeitpunkt einordnen, wie du gearbeitet hast? Ich habe natürlich jetzt mehrere Sachen im Hinterkopf, wo wir sehr gut waren, aber auch Potenzial hatten. Ich würde mir eine souveräne 6,5 geben. Eine 6. Okay, eine 6 geben. Also du hast, er hat schon gute Arbeit gemacht. Ja, aber auch mit dem, auf dem Niveau, es war schon viel, viel Bürokratie oder viel mittelmäßige Organisationen. Also wir hatten schon viel Betriebsarbeit, die gar nicht hätte sein müssen. Okay, jetzt mal Butter bei die Fische. Ja. So in dem Alltagsgeschäft, was du da gemacht hast, ja. Du hast gemakelt, ja, du hast hier das eine oder andere Haus verkauft. War das wirklich planbar? Ging da die Post ab? War das on point? Oder war das eher so, ich sag mal Hobby-Business? Ja, weißt du, so mal hier, mal da. War das geplant? Was ist da gelaufen? Wie war dein Daily-Business? Ich habe den ganzen Tag Probleme gelöst. Zum Beispiel? Abstimmungen, also die Abläufe waren nicht wirklich klar. Oder Vorlagen, Checklisten, also so zieh mir das jetzt durch. Oder die Qualitätsstruktur, wie machen wir denn wirklich die Fotos? Mal so, da war einfach auch keine Linie drin. Skalierbar ist mir nämlich eben, während du gefragt hast, eingefallen, da war gar nichts skalierbar. Also okay, skalierbar ist ja vielleicht jetzt den einen oder anderen gar nicht so richtig klar. Also wie kann man Laden wirklich nach oben fahren? Hochfahren, aber du warst im Tagesgeschäft verhaftet. Kann man dazu sagen? Ich habe mich als Chef, als Unternehmer nur um den Alltag gekümmert. Brandlöcher. Genau, gar keine Zukunftsvision oder mal Dinge besonders gut ausgearbeitet für die Zukunft, mal neue Ideen. Ah gut, machen schon neue Ideen, aber eher spontan oder müssen wir jetzt schnell machen sonst. Und viele Ideen angefangen, auch gar nicht dann zu Ende. Da war vielleicht der Hauptpunkt, viele Sachen, die ich später umsetzen konnte oder jetzt als Unternehmer und die Ruhe habe. Die Idee hatte ich schon sehr früh, hatte ich wirklich schon sehr früh, aber war nur eine schnelle Idee. Okay, da war der Tag wieder zwei Stunden später, ging mit ab zum Termin. Am nächsten Tag war was ganz anderes. Da war die Idee weg. Was war denn zum damaligen Zeitpunkt, was waren denn da so deine Kernprobleme? Also wo du sagst so, genau, ob du die jetzt als Probleme identifiziert hast, ist jetzt was anderes. Aber was war so deine Kernprobleme, deine Herausforderungen? Zwei Sachen. Die fehlende Ordnung, genaue Vorgehensweisen haben gefehlt. Weil letztendlich macht man als Immobilienmakler doch immer dasselbe. Natürlich individuell auf die Immobilie angepasst, aber vom Grundbuchanfragen über Kaufvertragsentwurfsanfragen, also so ganze Basics, bürokratische Basics, die Sachen hätten alleine durch eine fehlende, gute Software. Da war das Thema mit obendrauf Mitarbeitern, denen ich zu viel zugetraut habe und die, ich will da die Verantwortung gar nicht abgeben, die damit nicht klarkamen, beziehungsweise auch gar nicht die Handwerkszeuge hatten, um ordentlich arbeiten zu können. Und da habe ich sehr viel vertraut, das wurde nicht missbraucht, das würde ich gar nicht so sagen, sondern es konnte so nicht funktionieren, ohne die Basics einer gut aufgestellten Firma. Ich habe aber immer weiter Mitarbeiter eingestellt und die sind halt nicht auf fruchtbaren Boden gefallen. Wo warst du dann da, wenn du sagst, du hast immer Mitarbeiter eingestellt, wo standst du dann da? Wir hatten nachher an einem Peak, also meine Frau und mich immer, und dann fünf Mitarbeiter noch zusätzlich. Also sie waren im Gesamtteam. Genau. Also einmal Backoffice, pur Backoffice, viel telefoniert. Auch da grundsätzlich einen guten Job gemacht und alles, aber meine Vorgaben hätten anders sein müssen. Und die vier Makler, die habe ich viel zu viel laufen gelassen. Viel bessere Vorgaben von mir hätten das Potenzial überhaupt erst ins Laufen kriegen können. Also was meinst du jetzt mit laufen lassen? Was meinst du damit? Also sie haben so gemacht, wie sie wollten oder was heißt das? Ja, genau. Viel zu viel vertraut, weil waren aus der Branche, haben nach Ausbildung, Erfahrung, lange im Verkauf. Also die Erfahrung hat gezeigt, dass lange in der Branche zu sein oder bestimmte Dinge lange gemacht zu haben, bedeutet exakt nichts. Das ist eine neutrale Aussage. Und so habe ich vertraut, zum Beispiel mit Homeoffice, dem Homeoffice arbeiten lassen. Der geht gar nicht. Also bestimmte Regeln, natürlich darf es ein Hybrid-System geben, wenn alles super läuft, aber erst, wenn es super läuft. Also keine vorauseilenden Goodies rausgeben mit Homeoffice, erst wenn die Sache auch richtig nach Plan umgesetzt wird. Aber es gab keinen, ja keinen Plan, aber es gab keinen guten Plan. Okay, jetzt haben wir jetzt das Thema, eins der größten Herausforderungen jedes oder vieler Immobilienmaklerinnen und Makler, ist das Thema Objektakquise. Wie seid ihr denn an die Objekte gekommen? Ha, jetzt würde ich gerne sagen, genau so haben wir das gemacht, genau so haben wir das gemacht. Wir sind über verschiedenste Wege, über Empfehlungen. Das ist mal ein ganz lockeres, weil man einfach da ist. Menschen kennen Menschen. Da war Kaltakquise dabei. Print gar nicht. Kaltakquise, doch, stimmt, war Fokus. Ich bin schon aus dem Modus dieser alten Welt raus. Ich muss mich da wieder zurückversetzen. Da war ganz, ganz viel Kaltakquise, viel Rennerei. Die war auch, ganz da kamen die ersten Pläne. Da müssen wir jetzt mal eine Liste und damit die Leute auch nachhalten, dann nochmal mit denen sprechen. Aber wirkliche Leitfäden, an die sich auch die Mitarbeiter gehalten haben und ich wieder im Alltag verhaftet, hatte zu viel zu tun, um das wirklich mal nachzuhalten. Also hat sich die Katze in den Schwanz gebissen. Ich konnte das nicht richtig aufbauen, weil ich, weil ich, und so hatte ich das Ganze gedreht. War das eher aus deiner Sicht Zufall, also Zufallsergebnisse, oder war es wirklich geplanter Erfolg? War nicht nur, also geplant in Gänze auf gar keinen Fall. Ich würde sagen, drei Viertel war Zufall. Wie lange ging dir das? Wie lange war diese Strecke im Endeffekt? Also wie lange hat das gedauert, bis dann sozusagen der Change-Prozess oder sich was verändert hat? Der Prozess wäre noch lange gegangen. Es waren aber ein paar Sachen, wo es wirklich zu viel wurde. Und in Oktober, oder ich habe mich wahrscheinlich bei dir gemeldet, im September 20, viele Sachen, die ich schon wusste, die ich nicht aussprechen wollte, konnte, oder die mir als Optionen gar nicht bewusst waren, jetzt sage ich mal eine Sache, sich von Mitarbeitern zu trennen, aus dem sozialen Gedanken, war doch immer, aber sich wirklich von Mitarbeitern zu trennen, war keine Option. Hattest du gar nicht in deinem Gedanken? Nein, nein, weil das sind auch anstehende Leute, man versteht sich ganz gut und geht doch nicht. Und die machen doch. Aber Christian, dieses, man versteht sich ja gut. Ist das denn, du machst Zugeständnisse als Chef, du machst die Zugeständnisse, du bist derjenige, der letztendlich die Kröten schluckt und die Leute machen jetzt in dem Fall, was sie wollen und die verändern sich nicht, aber du lässt nach und du bist der Liebe. Oder wie muss ich mir das vorstellen? Ich muss jetzt aufpassen, dass ich damit die Schuld... Wir wollen nicht ungerecht sein, das ist nicht die Frage. Nur letztendlich, muss ich überlegen, wie viele Sachen von mir, einfach nur mal gutmütig, wie so ein Freund, oh, machen wir dann so und so, machen wir das ab jetzt. Das funktioniert ja nicht. Also letztendlich habe gegeben, vom Gegeben her, der Möglichkeiten, der Gutmütigkeiten, war mein Level weit überreizt. Also eigentlich kam alles von dir aus und die Leute haben das natürlich alles dankend angenommen. Und wir wollen ja nochmal ganz klar sagen, es geht nicht um die Tatsache, dass wir jetzt irgendjemanden hier Mitarbeiter schlecht machen wollen oder sagen wollen, hier die Mitarbeiter sind alle das Übel. Nein, das Übel bist du ja selber gewesen. Genau, ich will einen Add-on da bringen, weil die Mitarbeiter, wer weiß, was gewesen wäre, wenn ich die heute eingestellt hätte. Ich will mal eine Option bringen, hätte ich es überhaupt eingestellt? Interessant, ja. Ja, aber jetzt kommt das, weil, was sich durch diese unorganisierte Firma, das ist jetzt übertrieben gesagt, aber durch die fehlenden Strukturen, sich da ergeben hat, wer weiß, wie da manche aufgeblüht wären. Möglicherweise. Ja, die Option, weil ich weiß es natürlich nicht, nur ich weiß, dass es so nicht gehen konnte. Und da ist natürlich die Wurzel des Übels bei mir zu suchen. Okay, also du hast aber gemerkt, irgendwann, irgendwo, irgendwie, dass es so nicht weitergeht. Genau, da war wirklich ein Peak erreicht. Ja? Da war wirklich ein Peak erreicht. Und war dann wirklich im Oktober, wo wirklich die Unordnung, der Druck, wir hatten ja schon Objekte, so sind ja nicht, haben auch viele nicht verkauft. Oder zu teuer eingekauft. Oh, ganz interessanter Punkt. Bitte mal sagen, was waren wirklich die alltäglichen Probleme? Du sagst, viele nicht verkauft, viele zu hoch oder zu teuer eingekauft. Was war denn genau das Problem? Das Problem war, dass die Mitarbeiter nicht wussten, da muss ich jetzt mal einen ganz genauen Ball weitergeben, die wussten gerne, wie ein Einkauf funktioniert, wie man mit den Menschen redet und einen guten Vertrag schlüsst. Okay. Aber auch wieder deine Verantwortung als Unternehmer. Meine Verantwortung, ja. Deswegen, ich meine halt ja nicht im Bösen und wieso können die ja nicht, sondern es war, das ist ein Fakt. Also die Verträge, die geschlossen wurden, wieso haben wir die Immobilien noch nicht verkauft? Eingeständnisse, da habe ich zum Beispiel Druck gemacht, Eingeständnisse in Sachen Provision zu machen. Das ging gar nicht. Wurde dann, weil es von mir eine ganz klare und auch nachgehaltene Vorgabe war, da wurden keine Eingeständnisse gemacht. Also ich hatte auch die Punkte, wo ich Druck ausgebügt habe, jetzt so die guten für jeden, die wurden dann noch eingehalten. Aber ich habe halt nicht alles durchgezogen. Hast du denn selber noch Objekte eingekauft auch oder haben es nur noch deine Mitarbeiter gemacht? Habe ich auch. Aber jetzt mal nur die Objekte, die du gemacht hast, konntest du die denn verkaufen? Oder gab es da ähnliche Probleme? Ach stimmt. Auch gut gesagt. Ich wusste es, ich wusste es besser, der Chef kann es besser. Ich war schon der bessere Einkäufer, aber weit weg von dem Level mit den Prinzipien und Grundsätzen, die wir jetzt haben, weit weg von einem guten Einkäufer. Okay, aber da kann man aber auch eine Sache ganz klar sagen. Das heißt, in dem Moment, wo du selber als Chef oder Chefin einkaufst, arbeitest du schon noch anders. So, und jetzt geht es ja darum, wenn du jetzt mit Mitarbeitern arbeitest, wie duplizierst du dein System so, dass die Mitarbeiter also in einer gleichen Qualität ausführen können. Oder? Exakt. Also du hast es geschafft, die Objekte hast du auch irgendwie verkaufen können, die Mitarbeiter haben es aber nicht geschafft. Das heißt, die Grundlagen, die du weitergegeben hast, sind nicht so übergezogen beziehungsweise dupliziert worden auf die Mitarbeiter. Es ist einfach nicht gemacht worden. Ja, okay. Also man kann natürlich jetzt immer sagen, ja, die Mitarbeiter haben keine Ahnung, die können es nicht. Nein, du als Unternehmer, ne? Genau, wer hat denn welche Aufgabe? Also ich habe meine Unternehmerrolle verhafte im Alltagsgeschäft gar nicht wahrgenommen. Also eine Firma kann, das ist unabhängig von unserer Branche, kann so nicht funktionieren. Das Gewurscht gilt. Nicht mehr und nicht weniger. Jetzt ein ganz wichtiges Thema, für euch alle da draußen. Wir sind jetzt genau auf diesem Weg vom Makler zum Unternehmer. Wir sind genau in dem Themenfeld vom Makler zum Unternehmer. Und hier ist ja genau der Punkt bei der Herausforderung, wo du ja warst, im Oktober 2020, sich die Frage zu stellen, also man könnte sie, du hast es dir nicht, vielleicht hast du es dir sogar gestellt, mache ich jetzt weiter mit Mitarbeitern oder mache ich es wieder alleine? Weil das ist ja genau der Punkt, also genau dieser Peakpoint, den du gerade angesprochen hast, ist ja der Punkt, wo viele, wo viele jetzt sagen, auf die Scheiße habe ich keinen Bock. Oder? Wo sie sagen, ich will nicht mehr mit Mitarbeitern. Kann ich mir extrem gut vorstellen, dass viele da das Thema haben, nur bei mir war es wirklich, ich habe den Fehler bei mir gesucht. Also den Kernpunkt habe ich schon, ich bin nicht der Übel, sondern ich habe alles in der Hand. Ich habe alles in der Hand, ich kann es morgen anders tun. Und deswegen, das Problem hatte ich nicht. Es war mir schon bewusst, welche Stellschrauben ich drehen muss, und dass es nur mit Mitarbeitern geht. Das ist ja eine Art, wie sagt man, eine Abzweigung, wo du sagst, der eine kann links abbiegen, der andere kann rechts abbiegen. Du bist jetzt derjenige gewesen, der gesagt hat, okay, pass mal auf, ich habe keinen Bock, das alles alleine zu machen auf Dauer. Aber der andere, der sich jetzt dieser Herausforderung Mitarbeiter nicht stellt oder einfach nicht sieht, der ist ja, ich nenne es mal die Todeszone jetzt an der Stelle, also die Zone, wo du an der Weggabelung bist, gehe ich jetzt weiter und hole mir das, was ich jetzt brauche, um es richtig zu machen oder gehe ich den anderen Weg und wieder zurück auf Anfang und mache es alles selber. Also ohne Mitarbeiter das weiter durchzuziehen, ist doch Wahnsinn. Alles selber zu machen. Ich kann mich an den Zeitpunkt erinnern, als ich meiner Frau die Buchhaltung komplett, ich habe die Buchhaltung komplett alleine selber noch gemacht und in dem Moment, als ich sie abgegeben habe, wow, wie schön. Wie schön, wie schön. Wirklich, also weil, wie viele verschiedene Dinge kann man denn am Tag tun und sich darauf konzentrieren? Wow, ich weiß noch den Switch wirklich, wo ich Versicherung gemacht habe, da kamen Immobilien dazu. Nur Versicherung, Immobilien hin und her, das weiß ich noch, wie ich das als solches, was ich jetzt spielerisch mache, weil ich aber auch nicht mehr hunderttausend verschiedene Sachen mache oder alles Immobilien wissen, sondern Marketing, Einkauf noch und dieser riesen Batzen des Verkaufs einfach weg ist und da Menschen sind wieder besser können als ich. Und wirklich dieses, eine Solo-Bude zu sein, ist nicht der Weg. Ich gehe noch ein Level weiter, ich weiß gar nicht, wie man auf die Idee kommt, das weiter alleine machen zu wollen, weil, wo soll das denn hinführen? Was will man, nee, anders, warum macht man den Immobilienmakler? Weil man gerne Buchhaltung und den ganzen Triss alles macht, das macht doch keiner alles. Na, weil man Häuser verkaufen will. Ja, genau. Genau. Oder Unternehmer sein will, aber dafür brauchst du Leute. Und jetzt kommt es. Durch die Arbeitsteilung, die wir jetzt haben bei uns, jeder macht das, was er gut kann. Ich bin ein guter Einkäufer, aber zum Beispiel ein Exposé zu erstellen mit allen Details und vier Ordner durchwälzen und einfach einen Stapel von links nach rechts und einscannen, zweieinhalb Stunden, voller Respekt vor den Jobs, aber es sind einfach Typen. Die richtigen Typen brauchen auf der richtigen Rolle, auf dem richtigen Job, dann wird es gut. Und wenn man sogar einen Immobilienmakler hinaus, der nur Verkauf macht, aber nicht gut Exposé macht, dann braucht man eine Vertriebsassistentin. Also die Sache war von mir von Anfang an klar und durch dich bestärkt auch dann, wie man das denn richtig macht. Was war denn, Christian, jetzt dann dieser Punkt im Oktober 2020, wo du jetzt festgestellt hast, irgendwas mache ich hier falsch? Du bist derjenige, der erkannt hat, ich habe das Heft in der Hand, ich kann es ändern. Soll ich schon unterbrechen? Ja, bitte. Ich habe nur noch Geld getauscht. Okay, also das heißt, du hast einfach kein Geld verdient. Es wurde Geld verdient, haben nur die Mitarbeiter bekommen. Also es wurde schon. Also es ist ja nicht so, dass wir in einem kleinen Laden waren, aber Geld verdient haben nur die Mitarbeiter. Es war auch falsche Verträge zum Beispiel mit denen gemacht. Viel zu überbewertet, was Mitarbeiter leisten und in vorauseilendem Gehorsam, auch prozentuale Provisionen. Aber da hätte viel mehr Umsatz. Wir waren immer an der Schwelle, wo ich sage, so, jetzt noch ein bisschen mehr und dann landet auch was bei mir. Aber was ist denn da eine Empfehlung an andere Immobilienmakler, die also Unternehmer sind? Was ist denn eine Empfehlung? Vergütungs, also macht gescheite Vergütungsmodelle, ordentliche, die dürft einfach den Profit des Unternehmens nicht aus der Acht lassen. Das Unternehmen muss Geld verdienen an allererster Linie erst mal, ja? Oder wie? Also wenn ich mal ganz vorne anfangen will, ich finde einen Spruch, man muss gut bezahlen, am besten von Anfang an gut bezahlen und ein Auto dabei und alles, damit man gute Leute bekommt. Das ist, glaube ich, ein Mythos. Ja, hinten raus soll jeder faires, gutes Geld verdienen, aber dann, wenn der Rubel läuft. Und deswegen so eine prozentuale Provision, wie ich es auch gezahlt habe, ey, hör doch auf. Kann ich der richtige Weg sein? Nein, da muss ich wirklich sagen, war nicht auf, genau diese Mitarbeiter ist auch nicht dem Job gerecht, 20, 30 Prozent Provisionen zu bekommen, für ein Haus zu verkaufen, das die am besten noch geliefert bekommen von mir, durch Marketingaktionen von uns, ist nicht gerechtfertigt. Punkt, Ende aus der Geschichte. Okay, jetzt muss man natürlich sagen, du hast, jetzt kommen wir mal zu dem Thema, du hast im Prinzip ja einmal das Unternehmen sozusagen umgekrempelt, auf links gedreht. Ja. Ich war auf null. Genau. Also ich war auf null Mitarbeit, meine Frau und ich. Was war denn, was ist denn jetzt der Unterschied, also jetzt, 2022, zu damals? Was hast du so mal an vier, fünf, zwei, drei, vier Eckpunkten festgemacht? Was ist der Unterschied? Es könnte jederzeit jemand kommen und fragen, wie macht ihr das? Und ich könnte nicht nur gut als Verkäufer das verbal darstellen, sondern auch zeigen. Also du kannst genau sagen, was sind unsere Erfolgspunkte? Warum haben wir Erfolg in dem Bereich, in dem Bereich? Es ist messbar geworden und Vorgänge sind klar. Zum Beispiel jetzt eine neue, wir haben ja eine Stellenausschreibung raus als für einen Immobilienmakler. Alleine die Einarbeitung ist klar transparent. Also ich könnte den einstellen, um acht Uhr begrüßen, das wird nicht gemacht. eine Theorie und würde donnerstags mit unserem Schulungssystem durchlaufen, den ins nächste Mal sehen und der wäre, und das meine ich vollkommen ernst, der wäre fachlich und von seiner Organisation besser wie, ich will keine Prozentsaal nennen, wie ein sehr vieler anderer Makler nach drei, vier Tagen mit unserem Schulungssystem. Aber das ist auch einfach gestrickt. Genau, durch die Struktur. Ja. Durch das System, was eigentlich steht. Ja, das ist so toll, weil ich kann jetzt einen Mitarbeiter einstellen, muss mir das erst überlegen, was mache ich denn hier? jetzt und unkontrolliert jetzt oder hol mir mal mit raus, dann machen wir ein bisschen so, über Mitarbeiterhandbuch, Videos, die wir haben und auch eine Mitarbeiter, der ist ja auch, gute Organisation bewirkt, gute Organisation, die andere Mitarbeiterin, die schon da war, wenn ich es überlege, die geht mit mit jemandem, der genau weiß, wie es geht. und ganz wichtig, Quereinsteiger ist mein Fokus. Was meinst du damit? Quereinsteiger, weil die noch verdorben sind, wie auch immer. Also keine Leute aus der Branche. Genau, das ist jetzt kein Muss, also nur Quereinsteiger zohlen, aber wenn jemand 15 Jahre bei einem Makler gearbeitet hat, wo auch gewurschtelt wurde, auch wenn es bei mir 15 Jahre gewurschtelt gewesen wäre, würde ich auch nicht einsteigen. Deswegen jemand, der auf die grüne Wiese kommt, weil das fachliche Thema eines Immobilienmaklers kann man mit unserem System sehr schnell rüberbringen. Die Organisation und was wirklich den Manager ausmacht, die verschiedenen Faktoren, Käufer, Verkäufer, dann sind außen noch andere Rechte, Grundbuch, alles zu organisieren, machen, tun. Da brauche ich Leute, die klar im Kopf sind und gut organisieren können. Würdest du denn jetzt einen einstellen, der jetzt zum Beispiel vorher schon zwei, drei oder vier Stationen bei anderen Maklern hatte? Würdest du den einstellen? Erster Reflex war gerade ein Gedanke, nein. Man geht natürlich gerne mal ins Gespräch, weil es ist ja keine exakte Wissenschaft. Wenn ich mir jemanden angucke, ein Lebenslauf, oh, hier ist nichts oder auf jeden Fall gut. Ich gehe gerne ins Gespräch mit den Leuten und will vorrangig hören, dass die noch Lust haben. Dass die noch Lust haben, und jetzt kommt's. Wenn wir auch eine Antwort geben könnten, warum denn drei, vier Stationen und woran es gelegen hat. Also wenn sich jemand da gut ausdrücken kann, dann gerne. Okay, wie viele Leute hast du jetzt heute aktuell? Also Stand 2022, April. Wie viele Leute seid ihr da? Also zwei im Verkauf. Zwei Verkaufsmädels. Meine Frau im Backoffice und mich. Okay. Und du bist jetzt auf dem Weg, aber weiter Gas zu geben. Wo siehst du dich denn jetzt in den nächsten Monaten? Ist schön, dass du jetzt sagst, es sind fünf Jahre die Standardfrage. Also in den nächsten Monaten, wir haben Stellenausschreibungen draußen, wir haben schon Bewerbungen da, aber ich sehe mich wirklich Ende des Jahres, um den Bogen zu überspannen, aber ganz realistisch, drei Leute mehr. Makler, Vertriebsassistenz und auch eine Assistenz für mich. Es geht ja auch nicht um die, es geht ja nicht um die Anzahl der Mitarbeiter. Das ist ja auch Quatsch. Wenn viele denken halt so, die Anzahl der Mitarbeiter ist eine Art Erfolgsparameter, ja, darum geht es ja nicht. Es geht ja darum, dass die Rollen funktionieren, dass die Abläufe laufen und dass du dich weiterentwickeln kannst, dass du mehr Umsatz machst, ja, und wenn du da jetzt mit fünf Leuten oder sechs, sieben Leuten sehr, sehr gut organisiert bist und ein anderer braucht 20 Leute und ist aber unorganisiert, dann wird der kein besseres Ergebnis haben. als du. Also, also meine Benchmark ist dem möglichst wenig Mitarbeiter, aber man muss auch aufpassen, was passiert in unserer Firmengröße, wenn wir nur zwei Mitarbeiter haben im Verkauf. Einer fällt aus und die haben schon beide voll zu tun, uiuiui. Also, eine gewisse Mindestgröße, ich sage mal, wenn wir nachher bei zehn Leuten sind und auch redundant, also mehrfach besetzt Positionen oder durch unsere Struktur, technisch auch gestützt, auch eine Übergabe einfach möglich ist, das ist mein Ziel. Also, ich brauche keine 15 Leute, um zu sagen, ich habe eine tolle Firma, 15 Mann, nee, nee, am liebsten fünf, unauffällig im Hintergrund, wir seid nur fünf Mann. Ja, und ihr macht so. Aber eine richtige Taskforce. Ja, weil wir haben jetzt 28 Immobilien. Also, ich betone nochmal, wie viele Immobilien? Ach, stopp, wir haben zwei beurkundet, also aktiv im Verkauf und vor Lauf, also wo Verträge mit Verkäufern bestehen, 26. 26 und akquiriert, in welcher Zeit jetzt? Also, ihr habt ja immer auch rein, raus, das darf man ja nicht vergessen, ne? Aber das jetzt so die letzten drei Monate hat es richtig geklingelt, ne? Ja, genau. Ja, also da war nochmal so ein, so ein Game Changer, kann man sagen, ne? Ja, weil man einfach Gas gegeben hat, woher es ganz exakt kam und warum so ein Schub jetzt, kann ich gar nicht genau definieren, aber ist schon toll. Aber du hast ja, also nochmal, 28 Objekte. Wie viel? 26, zwei Beurkunde. Sorry, genau, wie viel habt ihr jetzt beurkundet im März? Also insgesamt, sechs oder irgendwas oder fünf oder wie viel, wie viel? Habe ich eben noch so schön gesagt, dass ich alles im Griff habe. Müsste ich genau nachgucken, aber wir haben jetzt jede Woche zwei Beurkundungen gehabt, die letzten drei Wochen. Jede Woche zwei. Jede Woche zwei. Und das nochmal, wir reden von der Eifel, wir reden nicht von dem Ballungsgebiet, ne? Das ist schon ein großes Kino, was ihr da macht. Was hast du denn aktuell für ein Standing als Makler vor Ort? Bist du jetzt, wer bist du, also bist du jetzt der Market Maker da oder bist du jetzt, wie stehst du denn im Vergleich zum Wettbewerb? Gucke ich mir natürlich auch gerne mal an. Einfach, wo stehen wir, wie machen andere Werbung und da ist mir aufgefallen, dass die zwei großen Banken bei uns vor der Tür jeweils die Immobilienabteilungen weniger Objekte haben als wir. Ja, also das heißt, du bist der Makler mit den meisten Objekten. Punkt. Danke für diese einfache Aussage. Ja, du bist der Makler mit den meisten Objekten. Mit einer sack sau hohen Qualität. Ja, das darf man ja auch nicht vergessen, weil ja, zieht ja auch alle Register. Wenn du dich jetzt heute einordnen würdest in der Skala von 1 bis 10, was du gerade eben gesagt, 6,5. Vielleicht willst du das noch mal gerade noch mal derivieren? Zu wenig Abstand, hast vollkommen recht. Die 6,5 waren eben, ja, ist immer so rückblickend, wie gut war man wirklich. Aber, ähm, gemessen an dem heute, weil, gemessen, was ist denn jetzt die Aussage? Wir haben früher die Häuser nicht wirklich schnell und zum guten Preis verkauft. Wir verkaufen aktuell alle Häuser. Vielleicht wird jetzt ausnahmsweise mal an einem, aber passiert halt. Wir verkaufen fast nur Überpreis und sind nach 8 bis 10 Wochen beim Notar. Also alles durch, mit Objektvorbereitung, mit jedem, also muss ja die Gesamt Journey sehen. Ja, wir haben jetzt eine kleine Warteliste, weil halt wirklich viele Objekte da sind und das ist auch der Punkt ganz wichtig, Warteliste, das ist ja vorher mit den Verkäufern besprochen, wir fangen dann an, wenn wir die Zeit haben, auch die Ruhe, um einen Top-Job auch zu machen. Also noch mal, du hast Warteliste, das heißt noch mal, ich betone, du hast Warteliste. Also für alle da draußen, es geht nicht darum, jetzt, ich sag mal, sich 10 zu teilen, und dann zu sagen, was wir machen, lieber Verkäufer, ist 1a tippitoppi. Wir sind hier die Market Maker, wir haben es richtig drauf, aber eins nach dem anderen, also nicht eins nach dem anderen, ein paar nach dem anderen, ein paar nacheinander, aber in 14 Tagen kommen wir erst, um die Objektaufnahme, Fotos und alles zu machen. Und du hast eben nicht das Problem, wenn du ein Objekt oder zwei oder drei verkaufst, dass du leerläufst. Wir sind auf einer ganz zwei Objekte die Woche verkaufen. Und es kommen immer wieder neue nach. Und warum kommen denn immer wieder neue nach, lieber Christian? Weil wir viele, viele, viele Dinge tun und die auch nachhalten. Und das professionell, regelmäßig, nachhaltig. Wie lange hat es denn jetzt, also, wie lange hast du denn jetzt gebraucht, um, also ich frage jetzt mal so ein bisschen hart vielleicht nach, um das zu checken, wie es wirklich geht. Damit das geklingelt hat bei dir. Wirklich zu checken, wie es wirklich funktioniert. Ich würde jetzt, wie es wirklich funktioniert, wie es funktioniert, also Akquise, so das ganze Spiel, so das ganze Game, das Makler-Game, nennen wir es mal so. Nee, nicht wie es, wie es funktioniert, steige ich immer noch langsam durch. Aber, dass es funktioniert, ist eine viel interessantere Sache. Ich habe irgendwann gemerkt, du musst das hier einfach nur schön ordentlich weiter tun. und interessant ist ja, dass die, die, die gute Arbeit inzwischen sich weiter trägt. Gestern hat, diese Woche, jemand sich gemeldet, allein nur so eine Homepage aufzubauen mit Wertermittlungsformular. Ja, wie sind sie denn auf uns gekommen, habe ich gefragt. Ja, mein, mein Cousin, Bruder, Entschuldigung, weiß nicht mehr, aber hat, hat bei Ihnen eine Besichtigung gehabt, im Haus. Er hat es zwar nachher nicht gekauft, aber der hat, was der bei Ihnen, der war total baff. Deswegen, ich war schon ein bisschen verwundert, wie deutlich der, dass ich zu Ihnen gehen soll. Aber so Sachen passieren. Gute Arbeit bedingt, gute Publicity bedingt, einfach, wo kommen Leute her? Auf einmal Tippgeber, da kriege ich Sachen zugeschickt. Ah, sind Sie mit der Eiffel-Mosel-Makler? Ich habe sie gesehen, jetzt Werbung, aber Werbung ist, gute Arbeit ist es. Okay, lass uns mal, lass uns noch mal zum Abschluss jetzt, drei Dinge möchte ich gerne von dir wissen, wo du sagst, was waren deine drei Dinge, wo du sagst, die waren für meinen Erfolg, für meinen Change-Prozess verantwortlich? Drei Dinge. Ordnung in die Firma bringen, eine Firma aufstellen, Unternehmung ist ja der nächste Schritt. Also Ordnung, Firma aufstellen? Ja. Okay. Die richtigen Mitarbeiter und Dinge durchziehen. Dinge durchziehen. Ja, Dinge durchziehen, da gibt es so drei, vier Punkte, zum Beispiel. Ja, sag mal, was bedeutet das für dich durchziehen? Coaching. Coaching, also jeden Tag, jetzt haben wir jeden Tag, aber regelmäßig, ganz regelmäßig, nur einmal die Woche und wieder von vorne anfangen, sondern ganz tief in ein Thema einsteigen, dranbleiben und auch zu merken, wie das Spiel funktioniert. Wenn ich das Spiel verstanden habe, kommt eine Selbstverständlichkeit raus. Ich fange an, damit zu spielen und dann kommen die Erfolge. Ja, du hast dich ja auch, das muss ich dir auch an der Stelle ein Kompliment machen, du hast ja auch, ich sag mal, auch innere Kämpfe gehabt, ja auch eine Zeit lang, ja, also darf man ja nicht vergessen, du hast ja auch schon, ne, auch mal deine Widerstände gehabt und so weiter, aber du hast dich denen gestellt, ja, du hast auch mit mir darüber auch diskutiert, ja, und, und hast die konfrontiert letztlich, letztlich. Das ist ein Riesenpunkt. Kann ich auf die Probleme draufgehen, konfrontieren, weil weglaufen ist keine Option, weil die Probleme bleiben da. Einen schönen Satz, den ich mal gehört habe, aus dem Problem heraus führt durch das Problem hindurch. Ja, ja, genau. Ja, ja, genau. Ja, ja, genau. Wirklich mal sacken lassen, ja, ja. Weil ein Problem geht nicht einfach durch Zeit weg. Zeit heilt alle Wunden, glaube ich, der Satz ist nicht richtig, wenn man sich damit beschäftigt, heilen die Wunden. Was macht denn mehr Spaß? Oh, jetzt kommt es. Macht mehr Spaß, also wenn du jetzt mal so, wenn du mal so dir das Makler-Game anschaust, macht es mehr Spaß so, einfach nur Buden zu verkaufen, Häuser, oder macht das Makler-Unternehmer-Game mehr Bock? Buden, Häuser zu verkaufen, also in dieser Ausdrucksweise, also mir ist es ganz egal, welches Haus wir haben, wenn wir da gut klarkommen, das System ist so gut, okay. Klar. Das Unternehmerspiel, und jetzt komm, ich bin noch nicht perfekt Unternehmer, der Weg dahin macht Spaß, weil so viele Dinge funktionieren. Man wächst ja da dran. Auch Geld verdienen dabei ist mir gar nicht wichtig, das ist ja eine Folge dessen, kommt, also es macht dermaßen Spaß, auf einer Erfolgswelle zu schwimmen, aus den eben genannten Gründen. Man muss durch die Schmerzen durch die Firma mal zu sortieren und mal Pläne aufzustellen, mal wirklich, wie machen wir das denn? Und wenn wir es gemacht haben, ist es nicht optimal gelaufen, nochmal in Reflexion zu gehen, auch die richtigen Mitarbeiter zu holen, sich mit der Mitarbeiterrekrutierung oder auch dem Mitarbeiter optimal auf seinen Posten zu setzen, und dass er und ich auch froh sind, das zu erleben, wie das Flupt wie in dieser alten Welt gar keine Rückfragen mehr kommen. Es kommen keine Rückfragen, die Prozesse laufen ab. Also wenn wir unsere Vorgehensweisen haben, dann bin ich Unternehmer, habe meine Aufgabe erfüllt, der nächste klingt ein wie so ein Waggon und fährt damit weiter. Wenn du zwei oder drei Entscheidungen, die du in den letzten Jahren getroffen hast, deine Top-Entscheidungen, deine Top-Besten-Entscheidungen, die letzten zwei, drei, was waren deine zwei, drei besten Entscheidungen, die du getroffen hast? Auf jeden Fall Coaching, weil dadurch ein Parallelschub kam, dass ich überhaupt, weil wie viel Kraft war bei mir da? Da war meine Akku natürlich auch nicht voll, in dieser verwirrten Situation, ein Wort Verwirrung, das ich oft benutzt habe. Deswegen war auch Ordnung meine erste Sache, nach der ich verlangt habe, Coaching und da jemanden zu haben, der aus einer Perspektive auf einen draufgeguckt hat. Da kennt vielleicht jeder, man kann andere auch besser coachen, Fehler, die man selber hat. Aber so hatte ich jemanden, der einfach von außen draufgeguckt hat und da an und wieder die Richtung neu eingepegelt hat bei mir, weil ich wäre, definitiv wäre ich nicht so weit gekommen, weil da ja eine Schnur, ein Faden sichtbar war. Auch viele Dinge musste ich ja erst gar nicht neu erfinden, viele Vorlagen. Weil irgendwann ist es wirklich zu viel. Rückblickend wäre es sinnvoll, eine Firma bis zum letzten durchzudeklinieren, aufzubauen und erst dann mit dem Geschäftsbetrieb zu beginnen. Ja, okay, das ist natürlich wieder. Das war jetzt nur mein Beispiel. Im Alltag nochmal, wenn Dinge nicht da sind, müssten aber da sein, genau jetzt und dann rumzuwurschteln. Notlösung, Notreparatur und dann irgendwie machen wir das schon und morgen kümmern wir uns drum, dass wir es richtig machen. Aber passiert ja nicht. Im meisten Maklerbetrieben ist es ja so, du reparierst, während die Autos fahren. Während du fahren bist du, läufst du mit dem Schraubenschlüssel hinterher. Auf dem Weg zum Notar werden noch Fragen geklärt, die man vor sechs Wochen hätte klären müssen. Hätte schon längst klären müssen. Okay, eine, das war, was ist zwei? Sich von allen Mitarbeitern zu verabschieden. Auch respektvoll, weil es einfach nicht gepasst hat. Es musste, vielleicht war es eine Typsache auch bei mir, aber bei mir musste es auf null gefahren werden, damit ich neu anfangen kann. Für dich. Für mich. Also die Entscheidung, diesen Schnitt zu machen, sagen, ich habe hier Fehler gemacht, ich muss jetzt neu starten. Ist mit Sicherheit immer schwierig, vorhandene Mitarbeiter in ein neues System zu bringen. Aber bei mir war es nötig, damit ich wieder frei denken konnte. Dritte Entscheidung? Sofort wieder auf neue Mitarbeiter zu gehen. Sehr cool. Also, wenn ihr da draußen, wie der Christian auch, euch vom Makler zum Unternehmer entwickeln wollt, wenn ihr viele Objekte haben wollt, und wenn ihr vor allen Dingen Bock darauf habt, nicht alleine im Wald zu stehen, dann solltet ihr euch mit uns unterhalten. Hier in der Infobox findet ihr entsprechend die Daten dazu. Bucht eine kostenfreie Erstberatung bei uns. Wir analysieren, wo steht ihr gerade und zeigen euch genau den Weg, wo für euch die Reise vielleicht ähnlich wie bei Christian hingehen kann. In diesem Sinne, bis zum nächsten Podcast. Bis zum nächsten Podcast. Bis zum nächsten Podcast.